Die große Show für Europa mit dem charmantesten Quizmaster der Achtziger, Hans-Joachim Kuhlenkampf. Oh, oh, oi! Sag mal! Oh, das ist sogar geschlitzt! Mit seinem Charme! Oh, da hat er alle Frauen eingekuschelt. Donnerwetter, Donnerwetter, Donnerwetter. Ob ich das durchhalte? So, fertig, los! Dieses Känguru stiehlt uns heute Abend natürlich vollkommen die Show. Das haben wir schon... Das haben wir schon auf den Proben festgedeckt. Aber ich gönne es ihm. Was der kann, kann ich nicht. Man sagt ja, er habe eigentlich nie geprobt. Er sei bei der Generalprobe kurz mal reingekommen, habe sich das Studio angeguckt, alle Lampen da, alle Tontechniker da ist dann wieder gegangen und hat zum ersten Mal dann gezeigt, was er vorhat in der Sendung. So, jetzt geht an Sie die Frage. Ich vermute ja immer noch, dass da der Kuhlenkampf als Känguru verkleidet aufgetreten ist. Auf Platz zwei, die Fernsehentdeckung der Achtung.